Hey Freunde, damit kommen wir zur Heumichel Woche 12 Herausforderung Phase 2 von 2 Jage Wildtiere Insgesamt müssen wir 3 Wildtiere jagen Zu den Wildtieren gehören natürlich Hühner, Wildschweine und Wölfe Ich zeige euch mal kurz, wo ich diese Aufgabe am schnellsten erledige In meinem Fall mache ich das hier zwischen Believer Beach und Holy Hatchery Ihr könnt natürlich auch probieren bei Whipping Woods Wildtiere zu finden Wie ihr seht fliege ich hier mitten rein Und ich sehe hier unten links schon gleich ein Huhn Jetzt lande ich hier bei der Alien Fläche um kurz Waffen zu looten Zack So umdrehen und hin zum Huhn Dann nehme ich hier die Metz noch mit Zack So hier hoch ist den kurz erledigen Zack damit hätten wir schon 1 von 3 So wie ihr hier jetzt seht bin ich hier zwischen Believer Beach und Holy Hatchery Und dann haben wir hier auch gleich schon wieder ein paar Wölfe Die auch kurz erledigen Dann hätten wir schon 2 von 3 Den auch noch Und damit wären es 3 von 3 Damit wäre die Herausforderung auch schon abgeschlossen Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da Und bis dahin sehen wir uns im nächsten Clip Ciao Ciao So 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 Bis zum nächsten Mal.